Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Tomb Raider, der heilige Smaragd. Ja, ich habe euch in die Beschreibung übrigens einen kleinen Link gepackt, in dem ihr das Ganze hier herunterladen könnt, wie weit auch immer wir sind. Wir sind hier hinuntergekullert im letzten Teil, wissen noch nicht, was uns erwartet, denn ein See, ein See, in dem wir sehr viel sehen können, ist unser nächstes Ziel. Wir haben sogar eine kleine Plattform und, achso, wir kommen da wieder hoch. Auch wenn das jetzt, glaube ich, sehr wenig Zweck behaftet ist, wenn wir hier nochmal hochklettern können. Soweit ich weiß, war hier oben noch gar nichts. Wir sind eine lange Schräge nach unten geklettert, oh. Und werden jetzt von Krokodilen erwartet, das ist natürlich auch schön. Kann man hier irgendwo hinspringen? Ne. Na gut. Dann tauchen wir jetzt also ab in eine andere Welt, gefüllt mit vielen gefährlichen Reptilien. Wie könnte es auch anders sein? Jetzt natürlich erstmal eine gute Gelegenheit, sich hier so richtig umzuschauen. Wir haben ja Zeit. Können natürlich jetzt nochmal nachladen. Und wir sehen, der Level-Bildschirm... Der Ladebildschirm scheint etwas anders zu sein als uns. Vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen blind. Oh, hier kommen wir gar nicht raus. Dann schnell nach hier drüben. Hipp. Läuft hier oben auch was Böses rum, ja? Also, wir haben alle Möglichkeiten. Ich muss mal kurz schauen, wir spielen letzter Zeit so viele Spiele parallel. Wir haben keine Brechstange. Oh, wir haben Krokodil-Freunde. Und ich will, dass sie wieder abhauen. Und die KI dürfte sie auch zugleich die Flucht antreten lassen. Okay, da unten ist mutig. Der da unten ist mutig. Oder denkt, ich sehe ihn nicht, wenn er da rumsteht. Nun gut. Je weniger von euch... Oh, die haben gerade so ein schönes Ying-Yang-Kreisgedöns gebildet. Je weniger von euch hier herumschwimmen, desto eher überlebe ich das Ganze hier. Wir haben ja momentan echt nicht viel Leben. Das muss ich sagen. Oh, die spawnt auch nicht. Gut. Jetzt, da ich euch hier nicht mehr bewegen sehe im Wasser, viele, finde ich schon mal sehr viel mehr gefallen an meiner Situation. Denn ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. So wie es aussieht, haben wir hier ein paar Gitterstäbe. Einen großen Obelisk. Und die Tür da drüben müsste sich irgendwie öffnen lassen. Bevor ich jetzt nach irgendwelchen Pushables suche, schauen wir, ob wir hier unten einen Hebel übersehen haben. Denn wir haben jetzt wirklich eine wenig Zeit im Wasser verbracht. Hier in der Decke vielleicht. Sieht alles erstmal recht normal aus. Muss ja gar nichts heißen. Also normal gibt es ja eigentlich bei uns nicht. Du bist nicht Cheaper. Und auch du bist das nicht. Na gut. Dann schauen wir uns mal ein bisschen genauer um. Hier vorne ist ein Hebel. Zu dem kommen wir höchstwahrscheinlich niemals. Da oben ist eine Spalte oder sowas. Hm. Okay. Und hier vorne befindet sich ein Gitter. Leider ist dieses Gitter irgendwie über einen anderen Hebelmechanismus gesteuert. Also wir können damit nicht viel anfangen. Und hier vorne ist nochmal ein riesengroßes Gitter. Ich bin verleitet hier drauf zu springen. Bringt mir leider gar nichts. Also irgendwas scheint von mir königlich meisterlich übersehen worden zu sein. Ich sehe jetzt allerdings, da ist er. Kein Hebel wollte ich schon sagen. Irgendwo muss sich ja einer befinden. Warum sollten wir auch so eine kleine Wasserpassage haben, in der wir nur ein paar Krokodile töten müssen? Beziehungsweise an ihnen vorbeispringen. Ich hoffe, du wirst kein Zeitspiel, aber wir werden es schaffen. So, hier sind wir also. Haben den nächsten Hebel entdeckt. Mal schauen, was der bringt. Ich habe was gehört, aber irgendwie scheint er nichts gebracht zu haben. Ach, da oben. Wow. Na gut, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Ein schöner Durchgang für uns. Indem wir uns zugleich hochlassen werden. So. Oh, oh, oh. Moment. Moment. Ich hasse das, wenn aus beiden Richtungen irgendwie so... Das ist für mich automatisch ein Fall für Rolling Balls. Oder Klippen. Ein Loch mit Wasser. Ich vertraue diesem Loch überhaupt nicht. Aber was anderes kann ich in diesem Raum nicht machen. Na okay, na gut. Ich warte mal ab, was auf der anderen Seite zu finden ist. Vielleicht das Gleiche. Ein Panther. Okay, Rückwärtsgang, mein Freund. Du bist... Was? Hier ist eine Box. Hier kommt nichts zu uns her. Also entweder ist irgendwas im Weg, oder er darf nicht. Weil hier irgendwie... Naja, wisst ihr. Eine Box gelegt wurde. Ansonsten können Gegner bestimmt durch ihre Animationsfähigkeiten alle Orte, die auch Lara erreichen kann, erreichen. Die Beddies sind gute Beispiele. Die sind ja echt überall gekommen. Und überall hingekommen. Gerade im Zuglevel, die können von A nach B. Und wenn man nicht irgendwo einen Box-Trigger platziert, hätten die einen durch das gesamte Level verfolgen können. Weil sie über alle Springe verfügen. Obwohl, ich glaube der Sprung mit Anlauf, der war nicht in ihrem Repertoire, aber Sprung mit Festhalten ging. Wir haben keinen Schlüssel. Dafür allerdings ein paar fäsche Katzen. Ihr wisst noch. Tomb Raider, ähm... Tomb Raider 2. Naja, ihr wisst noch. Vorhin im Level. So. Jetzt gehen wir hier also wieder runter. Nachdem wir entdeckt haben... Also eigentlich haben wir hier gerade einen richtig bösen Mod befunden. Direkt vor den vier Katzen. Ich glaube nicht, dass sie uns jetzt noch leiden können. Aber hier drüben befindet sich höchstwahrscheinlich ein Schlüssel. Zumindest muss ich diese schon nicht mehr so ganz lineare, ähm... Level aufbauen. Ich rede was von Linearität und komme in ein Labyrinth. Na gut. Dann erstmal hier lang. Okay. Es scheint mir der richtige Weg zu sein. Der richtige Weg zu einem Secret. Hebst du es bitte auf? Düdülülümm. So, dann zugleich. Geradeaus statt rechts, wo wir herkommen. Denn es könnte ja sein, dass wir hier was anderes finden. Oho. Auch das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Keine Videosequenz. Ich wollte nicht direkt weiterspringen, um etwaige Videoanimationen nicht zu skippen. So, dann jetzt. Aber schnell wieder raus hier. Das müsste hier lang sein. Und ein bisschen Luft holen müssen wir vielleicht noch. So. Seit wann bin ich so gut geworden in Schwimmpassagen? Das war ja wirklich gut. Wir speichern nochmal ab und nehmen diesmal die andere Richtung. Demnach rechts herum. Vielleicht haben wir jetzt hier irgendwo ein Tor geöffnet. Moment. Ich war hier schon. Kann es sein, dass ich jetzt ein bisschen verplant bin? Habe ich die erste Eintauchrichtung etwa verbockt? Wir finden es gleich heraus. Tauchen nochmal nach links ab. Anscheinend habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht. Weil ich denke nicht, dass etwas so Komplexes exakt zweimal gebaut hat. Egal, ob man rechts oder links herum. Alles klar. Oh, du willst mir nicht sagen, dass das jetzt ein Zeitspiel ist. Weil hier die Tür ist. Alles klar. Dann holen wir nochmal Luft, denn die werden wir definitiv brauchen, wenn wir diese Strecke an einem Stück durchschwimmen wollen. Müssen jetzt zum Hebel und dann wieder raus. Nera, bei den Olympischen Spielen 2016. Sie bereitet sich vor, indem sie sich bis auf die Augen immer wieder unter Wasser tunkt. Und eine Art selbst, selbst erlegte Folter, die sie zu Höchstleistung animieren lässt. Seht euch das an. Sie schwimmt, als gäbe es kein Morgen. Das hat das tatsächlich nicht hingekriegt. Den richtigen Weg entlang zu schwimmen. Das wird eine knappe Sache. Die Tür ist zu kein Goldverlager. Ist das wirklich so ein knappes Zeitspiel? Ich sollte zumindest Luft holen und mich jetzt nicht nochmal verschwimmen. Jetzt wird es langsam eng. Ja, jetzt wird es richtig eng. Jetzt wird es eng. Es ist nicht nur eng, dass es verloren ist. Was mache ich denn? Lasst uns hier nochmal anfangen. Die UC-Munition haben wir ja bestimmt aufgesammelt in diesem Safe-State. Aber das Medipack nicht. Achso. In die Richtung. Oder? Ja. Okay, auch das Medipack haben wir. Jetzt will ich aber nicht nochmal extra Luft holen. Ist das wirklich? Es muss das Zeitspiel sein. Okay, hier ist die Tür. Jetzt haben wir es so langsam... Jetzt bin ich durcheinander gebracht worden. Hier ist doch die Tür. Achso, ist hier noch eine Tür? Nee, ne? Da war das Secret. Na, ist doch verrückt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Patzer, die ich hier gemacht habe, die ich jetzt ausgleichen werde durch. Naja, keine Patzer. Und eventuell... Schaffen wir es dieses Mal direkt. Ach, das war... Das war schon wieder ein Fehler, wo man sagen kann. Jetzt kann ich den Timerun gleich nochmal probieren. Und dann entdecken wir vielleicht den richtigen Weg. Schaut euch das an. Die Tür ist zu. Ich muss hier hoch und direkt um die Kurve schwimmen. Springen, sage ich schon. Es ist witzig, wenn man einen Weg oft genug vorwärts schwimmt, ist der Rückwärtsweg plötzlich schwerer. Dadurch, dass man sich die Links-Rechts-Kurven zwar eingeprägt hat, aber der Rückweg ja komplett anders erscheint. Jetzt geht es nämlich nach oben statt nach unten und dann eine sehr scharfe Kurve in diese Richtung. Diesmal kann es was werden. Ich bin gerade ein bisschen fassungslos. Das ist tatsächlich ein sehr harte Run. Allerdings hoffe ich, dass wir den jetzt schaffen werden. Hier müssen wir hin. Und der zielt hoffentlich nicht darauf ab, dass ich auch rechtzeitig hier mit Lara den Hinweg bestreiten muss. Man, dieses hoch-runter hier, das kann ich überhaupt nicht gut. Wir müssen jetzt gleich runter, um die Ecke und dann nach links. Ich hätte eigentlich an dieser Position mal abspeichern können, dann müsste ich nicht ständig beides schwimmen. Machen wir auf jeden Fall, wenn der jetzt nicht nochmal funktioniert. Aber ich bin sehr selbstbewusst, dass dieser Run absolut in die Hose geht. Weil ich schon wieder geradeaus geschwommen bin. Ich werde jetzt ein bisschen leiser sein, ein bisschen weniger reden, damit das Ganze hier vielleicht auch funktioniert. Ihr seht, wenn ich will, kann ich. Das war super. Ich habe noch kurz gewartet, ob Lara vielleicht aus irgendeinem Animationsfehler heraus doch den Hebel zieht. So. Game is on. Das ist wirklich schön. Wenn der so eine Weile in der Ecke hängen bleibt, dann können wir es gerade nochmal probieren. Aber jetzt haben wir einen kürzeren Ladezeitenweg. Das wird wieder eng. Das wird super eng. Das wird super eng. Wir haben es nicht hingekriegt. Und es ist ein Zeitspiel, das alle Schwimmkünste von einem Schwimmer erwartet. Manche Levelbauer, die sind ja besonders gut in sowas wie Schwimmen mit Lara. Und manche sind das eher nicht so. Dieser Autor, der scheint wohl sehr gut darin zu sein. Ich behaupte gut, Pfade finden zu können, in denen Lara über Land von A nach B kommt. Aber diese Unterwasserzeit-Heimruns sind alle jetzt nicht so häufig und deswegen wohl auch nicht so gut trainiert unter den Levelbauern. Und die Sache ist, wenn ein Levelbauer wirklich die ganze Sache raus hat und das kann. God's sake, bitte Lara, bleib mich da nicht irgendwo hängen. Wenn man das eine Weile trainiert hat und das gut kann, dann fällt es einem natürlich schwerer zu sagen, jetzt habe ich hier aber was Knackiges eingebaut. Dann sagen die Leute, okay, ich habe ein Zeitspiel eingebaut, das wird schon jeder schaffen. Aber, wer gut ist. Und jetzt natürlich ein Krokodil. Sag mir bitte, dass wir noch leben. Okay, wir leben noch. Verdammt, wen ich lebe. Ihr seid doch. Also, wenn das mal nicht. Du bist doch ein perverser Sack, ey. Ja, das ist nett von dir, aber ich muss jetzt schwimmen, während mich ein Krokodil von hinten... Egal, wir haben gespeichert. Das ist doch... Das ist... Das ist nicht euer Ernst. Ich muss... Ich habe doch gerade eben einen Frame, nachdem das Bild geladen hat, gespeichert und noch ein Medipack nehmen können. Wir haben ein Game Over Save. Oh, das ist schön. Okay, ich würde sagen, ein sehr interessantes Ende. Wollen wir sie nochmal sterben sehen? Oh Gott, es hat funktioniert! Habt ihr gesehen, wie viel das gerade... Habt ihr gesehen, wie viel das gerade... Wie viel Leben ziehst du? Während der Sequenz... Das ist... Das ist... Das ist... Frei. Wir suchen gerade die dritte von drei Kugeln. Und nächstes Mal werden wir uns in einem Zeitspiel unter Wasser wiedersehen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Krash.